Prenkasana, die Schaukelstellung. Moritz bei Yoga Vidya zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Du streckst die Beine aus und gibst dann die Hände neben dem Becken auf den Boden. Dann hebst du die Beine hoch und hältst die Beine oben. Dieses Prenkasana als statische Stellung. Und dann kannst du auch vor und zurück gehen, wie in einer Schaukel. Das ist die dynamische Variation. Prenka heißt übrigens Schaukel, heißt auch zitternd und schüttelnd. Dann gibt es noch eine Variation, wo du die Beine höher hebst. Du gibst die Hände auf den Boden, du hebst die Beine hoch und gibst dann die Beine so weit nach oben, wie du kannst. Theoretisch sogar fast parallel zur Decke. Also erst mal parallel zum Boden, dann die Beine höher und immer höher. Prenka, Asana, Prenkasana, die Schaukelstellung. Die entwickelt natürlich die Armmuskeln sehr stark, die Bauchmuskeln stark und auch die Oberschenkelmuskeln stark und Gleichgewicht und Willenskraft. Dieses gehört zu den Asanas, die regelmäßig geübt werden müssen oder wo du vorbereitend deine Bein- und Armmuskeln stärken musst. Alle Informationen über dieses und andere Asanas auf wiki.yoga-vidya.de Das ist ein bisschen wie 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 ein bisschen wie